Zunächst hat das Wort zur Geschäftsordnung Herr Kollege Watson. Bitte, Herr Watson. Herr Kollege, Herr Kollege, Sie haben das Wort ausgesprochen, und zwar heute ist die Nationaldebatte, ich hoffe, dass Sie und die Halsen mit mir in eine Message von Solidarität zu den Menschen, eine Message von Dismay zu den Kontrollen, und von Entschuldigung an den Intemperate Comments von Herrn García-Margallo.